Hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Anni Rölpe. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Cuphead. Ja, weiter mit dem Bienenboss. Ja, weil wir haben uns gerade eben eine Pause gegönnt und haben ein neues SMG4 Video angesehen. Wollen wir den gucken? Ja. Viel Story und Platt. Story im Import. Ja. Und dann kommt der große Plot, den wir alle noch nicht gesehen haben. Müssen wir warten bis nächste Woche. Nein. Ja. Jedenfalls. Ja. Ich habe meine Blubberbälle wieder ausgerüstet. Oder auch nicht. Warte. Okay, warum habe ich sie nicht ausgerüstet? Ich habe die noch. Egal. Warum hast du deine Blubberblase nicht ausgerüstet? Ich habe die ausgerüstet. Ja, offensichtlich. Ich habe die nicht. Hoi, 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 hoi. Ob ich jetzt mal jetzt nicht wieder... Solange hier... Ich sage es aber, dass dieser Boss einer der schlimmsten Bosse überhaupt ist. Warum hörst du denn hier auf mit Auer? Nein, das ist nicht gut. Ne. 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 Ein Herzlich. Au. Und. Nein, das ist nicht. Das ist ein Kreis. Ah! Oh Gott. Ja, ich bin tot. Ich wollte das Ding weg. Nein. Mein Gott, ich kann dich noch nicht ewig retten. Du hast auch noch eine. Ah. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Alter. Warum so nah schon? Ich frage mich dann auch, wenn ich jetzt The World eingesetzt hätte, dann hätte ich es geschafft. Weil ich hatte genug Karten. Hol, hol, hol. Wie nennen wir diesen Part? Tod allen Bienen? Na, irgendwie sowas. Ja. Oh. Gott, ich hasse Bienen. Ich hasse generell Insekten. Nein. Was hast du auf dieser Welt? Ah, Spinnen. Also auch Insekten. Insekten sind nicht nur Spinnen. Die Spinnen sind Insekten. Ja, aber ich hasse nicht Insekten allgemein. Ich hasse Insekten allgemein. Und die schlimmsten Viecher der Welt, ey. Was? Warum ist da keine Plattform? Ja. So, also. Ja. Ich glaube, ich habe den Bus gerade übelsten Schaden zugefügt. Kommst du da auf? Geh weg. Na komm. Na komm. Diesmal. Nein. Das mächtige Dreieck. Dieses böse, gleichschenklige Dreieck. Ach nein. Ich wollte ihn wiederbeleben. Derbe Schaden. Wir sind so kacke zu steuern. Eigentlich nicht. Ich weiß es genau wie man sich steuert. Hoh. 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 Da bin ich auch noch getroffen. Da fang ich runter. Und dann bin ich da getroffen. Oh Mann. Ist da auch noch getroffen. Ich wollte da auch variieren. Zeig mit dem Finger auf uns, ey. Da können wir noch nicht gut reißen, oder? Ne. Er hat doch jetzt keine Plattform. Oh. Hoh. Du bist tot? Ja. Warum bist du tot? War nicht so meine Runde. Ah. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Das muss doch erstmal funktionieren. Wir wollen auch mal einen anderen b수�chen machen. 10. Anspezten. 11. 11. 10. $3. sie mal so ein bisschen hoch ich glaube ich bitte nicht so ja ja sehr geil ja sehr geil wenn sie das will mit spiele irgendwann nur noch anfangen zu frustrieren irgendwie verloren in diesem kampfer gesagt nur weil wir uns ein smg vor genau deswegen schiebt und nicht die schulter auf unsere zentral ich habe ich jetzt raus die topik habe ich schon lange raus nur so alles was davor und danach kommt vielleicht gleich sterben also noch mal so zu wachen also ich könnte auch gleich sterben ich bin tot ja ich habe auch die zugeschafft ist jetzt wieder im flow hat schon mal besser ich habe hier alles so gut raus gehabt freund jetzt geht das nicht hin verstehe ich was ok jetzt lieber noch nicht den schatz machen weil jetzt kommt das ganz böse dreieck das ist doch nicht einfach so sterben nein schon in der fahrt oder ja ich glaube jetzt wird es Zeit sauer also ich bin immer runterfallen Konzentrationen wir schaffen das Ein berühmter politiker sagen der gar nicht so gerühmt ist weil der verdammt scheiße ist Ich schaue niemanden an Ich habe keine politik nicht eigentlich auch nicht es gab nur ein thema Was mich interessiert hat und politik auch egal warum reden wir überhaupt über politik Wir sind gaming kanal Und dann habe ich auch noch besser kann es eigentlich nicht kommen Doch es geht immer besser Nein 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 Ich hatte diesen Bus so sehr Der böse mir jetzt glauben Ich habe gesagt dass ich diesen Busse so abkünftig passe Äh Du bist tot Ich bin tot Warum merke ich das nicht Also auf anderen seiten Oh mein Gott Wie habe ich das überlegt Weiß ich auch nicht Ich habe schon Versteckt Noch mal Dann Na So kurz davor kommen der selbst ist mir völlig egal ob ich will diesen scheiß nein nicht der dreieck ist so schlimm da kann man ja und ich habe mich gar nicht gesehen ja geil ich habe schon kommt sie rein ich kann also rein ich habe nur ein herz egal und gleichzeitig im doppelström an ich muss die ganze ich verstehe ich mir heute die ganze zeit schafft sie war schon die karte mehr so viel abend ich war jetzt immer dass ich die plattform unterspringen ja ich weiß Dass ich nicht springen und mich gleichzeitig drucken kann. Ja, das ist so mega verwirrend, das tut mir leid. Oh, geh weg. Yes, variiert. Geh weg. Nein. Ja. Hast du Schaden bekommen? Nein. Gut. Die Phase mit der kommt eigentlich auch noch klar. Also nur mit der letzten. Nur diese verfluchte letzte ist immer noch so ein Problem für uns. Wir gehen die Plattform aus. Müssen wir doch Plattformen geben. Ich geb ihr, ich geb ihr, gib sie. Dann gib mir wieder ein Ding. Ich kann sie sich nicht riskieren, diese Runde anzusetzen. Nein. Genau deswegen. Nein. Nein. Geh weg. Nein. Jetzt gibt's da. Jetzt steht da nicht so ein pinkes Ding. Ja, mal während der Phase wieder am Leben. jetzt aber dann diesmal nein 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 gott nicht so man gibt es da einfach nur so viel bücher ich mache macht jetzt aber ich hasse sie und daraus mache ich mir handtasche aus bienenleder ja das ist nur genug wollen das sollen wir aus der biene machen einfach der kugel aus dem weg gehen einmal parieren ja aus dem weg gehen ich habe einmal pariert nein ich habe die deutsche toste gedrückt in die fräse nein die plattform aus ja das kann nicht so was weiß ich das ist die frau ich habe ich belegt nein 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 da kam die faust mitten außen nichts ich raste gleich aus ey warte du scheiß fucking biene ich mache aus dir die hässigste handtasche die man sich machen kann man muss es nur genug wollen selbst wenn du eine gefährdete insekten ab ist aus dir mache ich an tasche nein 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 danke nein die drücke ich weiß das ist wäre ich variiert es war mir einfach aus ok wir haben auch kein schaden bekommen so aber diesmal einfach gut glaube ich die fräse ja schon trifft dann gewissen kann ich noch mal so wollte einsetzen also kaputt ich komme mit dieser phase gar nicht klar ich kann nicht nach unten schießen soll du hast noch zwei jahr zu kommen schon ich gebe es ist noch aus fiktig biene der war nervig wie lange haben wir jetzt dran gesessen einen halben paar zwei minuten saßen wir jetzt daran 50 minuten 50 minuten ein brandneuer rekord weiter nachher sollen wir echt noch ein boss machen nein also nicht mehr als 20 minuten wenn der meinten und darum ist nun mal ein level gelingen und ich habe ja sagen mir egal ja ohnehin zu führen dann deinem vertrag 30 springt noch baden schroffer grad und das schwierigste war überhaupt ja so war ja vielleicht war es doch keine gute idee weil jetzt auch so einen kleinen boss den man aber nicht bekämpfen muss muss man auch vergleichen mit was wir jetzt gerade gemacht haben also wieso sie sich beeilen weil die kommen wieder aber bis durch weil ich komme wieder die kommen noch wieder ja ich bin auch nicht mal drüben ja geil ja aber ich bin auch ein leben ja geile ja wie weit willkommen sind wir sind ganz schön bei gekommen nein einfach wenn noch stehen bleibt uns ja nicht so ja die mit ihrem blöden dinge nicht ich kann dir nicht ausweichen nicht was ich glaube ich nicht diese fahrer jetzt sind wir nicht viel einfach hause wieder was doch es hat ein teller mit dem gesicht ja ja wir sind tasten also als viel ob täter denn wie die vieter er hat sich so viel einfach aus als der anfang und auch glaubt er geht auf 1 natürlich jedoch nicht los ich war wirklich kurz vorm ende und was glaubst du also irgendwie sehe ich nicht gefreut aber weil sie das geschafft habe ich freue mich ehrlich gesagt immer wenn ich ein lobby geschafft habe es sind so viele von diesen dingen herumfliegen so viele von diesen dingen herumfliegen machen einen auf bumerang auch noch nein ja genau die dinge ja ich kann ihn nicht aus ich kann ihn nicht aufweichen das gibt es nicht die sind überall überall wo wir es nicht wollen bei einer pg wenn wir jetzt beide an dieser stelle hier ja mein gott ist ein ein teller mit deinem gesicht ich weiß thank you heute mal wieder aus aladdin ich mach mal den also dass ich hier durch ja und schaffst du nein wir haben nein da darfst du mit dem normalen sprung nicht da krieg mal hin nicht so schwer wie die biene wir reden nicht mehr noch mal reden nicht über die wir reden nicht mehr darüber mal ich habe eine idee hat dann da so hier hier die machen einer bummerang ich mache das auch was die können kann ich schon lange ein euro ich hasse diese krieg so wie nennt man die dünne ich vergiss hier auf deutsch heißen spitzhacke ja genau das irgendwie nur in ja ich weiß dass wenn ich raten darf ein kraft ja deswegen nein nur ist gerade ganz sneaky vorbeischleichen diesen verdammten spitzhacken ich kann den ich auch nicht dagegen ist der rest irgendwie voll einfach ja lebt es mit michael jackson auf einer einsamen insel ja dann wieder wollen wieder was gelernt mit m master hier man löwe geh doch mal weg ich habe noch zeit okay ein versuch machen wir noch durch 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 ich habe sie sie so nein die ist feuer man hat den kaputt nicht so schnell na noch mal einfach so okay ein zusätzlichen versuch wir sind ja gar nicht weit gekommen so dann springen aber rein ich kann die mondschotten mit diesen einen starken schluss aber ich kenne ich glaube ich drei schüssen aufschalten ja nein nein dieser pissei mann ich halte mich da runter oh verrückt doch na ne das wird doch so nix ich habe ich habe diese spitzhacken nein oh gott sei dank hat sie ihn hezbo frame das wird doch wimmst 3 in 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 come on we have to save the world oh again no like always da ist die münze nein nein ich bleibe hier ich mache ein super duper an der hatte ich ja hatte ich angeguckt du brauchst nicht mehr schießen vielleicht kommt ja mal irgendwas nein da kommt jetzt mehr vertraue mir nein die habe ich doch letztens noch mal nicht geschafft jetzt fängt die ganze sache an den fahrer aufzunehmen nicht wahr ja aber das schaffen wir irgendwann schon ja ja okay wir sehen uns dann im nächsten paar wieder wenn es heißt zwei typen kriegen auf die fresse tschau 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 tschau